Wir haben die Rennerfahrung aus der ersten Generation und die Automobilerfahrung aus dem ganzen Unternehmen zusammengefahren und ich glaube, das ist wirklich das Einzigartige mit diesem neuen Fahrzeug. Das Thema breit und flach, vorne sehr aerodynamisch und hinten das eher sehr kantige Heck, das macht das Design dieses Autos aus. Bei 610 PS Leistung und 560 Nm im V10 Plus steht da wirklich in jeder Lebenslage genügend Leistung zur Verfügung. In diesem Auto passt kein anderer Motor besser als der 10-Zylinder-Sauber. Sportlich, emotional und in jeder Situation überleben. Da. 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 Da.